Thermische Formgedächtnislegierungen sind Metalle mit Erinnerungsvermögen. Thermisch bedeutet, dass der Formgedächtniseffekt durch Wärme ausgelöst wird. Die spezifische Legierung bestimmt, wie sich das Metall bei verschiedenen Temperaturen verhält. FGL sind deshalb intelligente Werkstoffe, da man ihnen eine beliebige Form antrainieren kann und sie sich immer an diese erinnern werden. Sie formen sich zurück, sobald sie die festgelegte Temperatur erreicht haben. Damit der Effekt erneut ausgelöst werden kann, muss die Legierung erst wieder verformt werden. Meistens wird es durch ein Gegengewicht geregelt. Um die nötige Wärmeenergie zu generieren, gibt es mehrere Möglichkeiten. Entweder man nutzt die Umgebungswärme, wie beispielsweise Sonneneinstrahlung, oder wenn der Effekt sehr gezielt ausgelöst werden soll, wird die nötige Wärme durch elektrischen Strom erzeugt. FGL können so dünn sein wie ein Haar oder auch eine dicke Feder oder ein Blech. Das Smart Material bewegt sich fließend und langsam. Es ist leicht und kann im Verhältnis dazu große Kräfte generieren. Außerdem rostet es nicht und ist biokompatibel. Es eignet sich gut dazu, in andere Materialien und flexible Strukturen integriert zu werden. Noch dazu hat es die Besonderheit, dass es unter bestimmten Bedingungen extrem wiegsam ist und nach einer Verformung von selbst wieder in seinen Ursprung zurückkehrt. Die großen Potenziale für Technik, Design, Architektur, Kunst und viele andere Bereiche des alltäglichen Lebens sind bei weitem noch nicht ausgeschöpft. Hier stehen Forschung und Gestaltung erst am Anfang. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.